Schau mal liebe Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Wie es jetzt sind wir hier in MT Rush. Ja, das ist ein bisschen ein Vor-Aubus-Special. Das richtige Abus-Special wird dann bei 20 Abonnenten kommen. Hier nehmen wir weiter ein 20 Arten-Video auf mit einem guten Arten-Mach-Alle. Mit dem ich auch schon 2 oder 3 oder 4 oder 5, wie ich das abgenommen habe. Und ich würde sagen, nach diesem kleinen Cut geht es gleich wette mit dem Spieler Noob. Ja, bis dann und tschüss. Oh, wo sind wir denn hier? Ein Bett. Oh, ich habe gehört, das muss man abbauen. Warum Legs sind hier so? Hey, ja, halt. Was ist jetzt? Oh, eine Spitzhacke, da kann man sich ja runtergraben. Jetzt lädt es aber. Och, Mensch. Hallo. Ja, hallo, was machst du denn? Oh, sorry, ich wollte dich nicht schlagen. Nein, nein. Oh. So, easy, snack, die Leute. Easy. Easy, also wirklich easy. So, also unser Gegner ist ja auch wirklich, wirklich, mal, wirklich easy. Easy. Schau mal, wie ich ihn einfach kriege. Oh mein Gott. Leute, es ist einfach so, so krass. Ich bekomme halt einfach gar kein Notback. Hey, das hat einfach, ne? Hey, Junge, das war so krass. Ja, was ist? Alter, ich mach doch hier nur mal nicht taktisch, ne? Och. Hacker, Hex. So. Hey, Junge. Ja, doch, ja, was. So, keine Ahnung, keine Bock mehr. So. So, hab's gebraucht. So. Was mach ich jetzt auch? Nee, so. So, ich will ein Bett davon. Hey, Junge, ey. So, ich will ein Bett davon. So, Leute, den haben wir natürlich easy geholt, und auch nicht, aber machen wir hier mal was, den drückt. So, easy stormed. Also, wirklich easy. So, dann hängen wir jetzt hier, äh, auch runter. So, da hat der wieder mal seine Hex ausgepackt. Das wären wir natürlich nicht gestorben. Das hat einfach so schlecht, ne? Er steht mit Hex und, ja, ne? Ja, ne? So. Ja, Hex, 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 Hex. Ähm, Flash, Report, ähm, Mark, alle, ähm, Hacken. So. Alter. Ja, ja. Schau mal. Das ist ein typisches Anzeichen für Hacking. Und, ja, schaut euch mal diese Ranger an. Ja, Kilaura hatte auch noch einen. Ja, genau. Hat die gesehen? No, not back. No, not back. Also, wirklich, nee. Kein Bock mehr. Okay. So, Leute, den Gumi eben sich zu sehen. Alter, bau doch nicht so! Oh, und jetzt kommt er mich gleich weg. Okay. Ja, hm. Alter. Alter. Weißt du, dann, ich hab, ich hab ihn gehittet. Ich hab ihn gehittet. Und dann, weißt du, er kommt halt einfach gar nicht da noch weg. Ja, och. Eben. Weißt du, wenn er nicht mit Blocker spielt. Und, alter. Alter. Ich hab ihn noch gehittet. Leute, was ist das? Der heute, also, wirklich, mein Gott, der ist jetzt so kacke geworden. So. So, endlich, Alter. Easy, ein Wind. Easy. Oh, mein Gott, ja. Spiel doch nicht so wie ein Apropos, Alter. Alter. Ja, Eben, jetzt kannst du nicht machen. Warum? Warum bist du so gut, Alter? Du bist doch nur so auf, auf kleine Taktiken hier. Wie jeder. Hä? Flyhack? Ja, jetzt poppt er auch noch. Flyhack aus, Alter. Ich rass dich ins Gleicherungs. Alter. Ja, Junge, du bist so schön. Was? Lassst du? Und da hält er mich, wie der Hund, was läuft? Alter, warte, warte. Was? Ey, du musst du mal in eine Klinik stecken, Junge, du mit deinem Regionsproblem. Oh, so. Nee, ich hab keinen Bock. Ich hab einfach keinen Bock. Hä, wo bin ich denn hier? Hä? Hä? Oh. Oh. Hä? Hallo. Hey. Wer bist denn du? Hallo? Äh. Warum kann der mich schlagen? Äh, das... Was ist denn das? Äh. Äh. Steinspitzhacken. Heißt das? Hey, schlag mich doch nicht. Schlag mich doch bitte nicht. Ja. Schlag mich doch bitte nicht. Das kann ich ja. Oh mein Gott. Hä? Hä? Ich will den jetzt auch schlagen. Ich kann den nicht schlagen. Hm? Warum kann ich den nicht schlagen? Äh. Äh. Na holen. Ja, du hast ja schon schlagen. Ja, aber ich kann dich ja nicht schlagen. Schau mal. Es geht nicht. Oh, jetzt hab ich es geschafft. So muss ich es machen. Runter und einfach schlagen. Und jetzt bin ich auf Blöcke gekommen. Oh. 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 Oh mein Gott. Ich hab dich doch geschickt. 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 Zeig dir was ganz tolles. Du sagst. Boneschack. Boneschack? Was ist das? Ja, das ist was ganz tolles. Oh. Herr Kling? Hey, spring mal runter. Oh, dann sterbe ich ja. Hey. Oh, hier. Hä? Wo? Bei mir lägt es irgendwie gerade richtig. Was ist? Hä? Was ist denn los? Ich komm, ich komm nicht mehr raus. Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Hilfe. Ja, Leute. Hier werden die wieder. Ja, aber das spielen wir ja auch. Wie was? Hey, ich bin gerade richtig gut. Oder halte mich doch umgefließt. Aber das ist ja nicht fern. Mann. Es geht schon rein. 3-0. Ich muss aufholen. Ah. Warum? Es geht schon rein. Ja, warum kann ich die nicht hängen? Ja. Dann kann ich mich ja. Hochbauen und... Oh, warum hat er mich jetzt da geschlagen? Das kann doch nicht sein. Er kann mich doch nicht gut. Danke. Ich bin zu. 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 Ha. Nicht so. Mann, Mann. Ich bin zu. Ich bin zu. Verstehe. Mach mal runter. Boah. Mach mal runter. Hey, he. Mach mal runter. Vorsicht. Ich bin zu. Boah. Ey, Lüge. Ey. Kann ich mal runter. Ey, Lüge. Nein, ich bin so gut. Schaut euch an, Leute. Er hat einfach keine Chance. Er hat keine Chance. Er hat immer noch keine Chance. Es ist so witzig. Und jetzt baut er ein Bett ab. Sag mal, wirst du bauen? Ja, okay. Oh, jetzt hab ich geklappt. Ich kann gerade nicht bauen. Ich kann gerade nicht bauen. Was laugt bei mir im Fall. Ich kann gerade wirklich nicht bauen. Ich brauche ja auch nicht den Tag bauen. Oder gut. Weißt du, was du willst? Ja. Okay, so. Okay, so. Hier an die Border. Hey, ich kann gerade nicht warten. Okay. So, das war eine ganz schöne Leine. Ja, okay. Hey, ihr schreit mir. Hey, Alter, ich hab doch keinen Bock mehr. Ich will doch bauen. Checks muss nicht. Hallo. Also. Ja, aber du hast doch nicht gewöhnt mit Spielen. Ey. Wirst du nicht? Ja. Ernsthaft? Ich hab dich gefragt, ob du bauen willst. Du hast ja gesagt und dann baust du einfach mein Bett ab. Ja, ich wollte deine Leine verstellen. Ich hab dich nicht bauen. Du warst so gut arbeiten. Nein, ich. Sie mal. Sie mal. Da musst du halt einfach App benutzen. Da musst du halt einfach in die fünf CPS formen. Und dann wirst du, wie gut ich jetzt bauen kann. Ja, war schon gut. Oh, Sie mal, ich kann sogar. Look MLG. Wie mal, das kann MLG. Hast du gesehen? Schau mal, ich auch. Oh mein Gott, so schwer. Okay. Oh, ich hab noch MLG gemacht und noch MLG. Oh mein Gott. Oh, ex. Ex. So, Leute. Das war's mit diesem Video. Ich glaub, bei euch hat's natürlich gefallen. Ähm. War's sehr aufwendig zu cutten, muss ich ehrlich sagen. Äh. Vielen, vielen Dank geht natürlich an MacAle raus, der mir hier bei diesem Video geholfen hat. Danke. Du bist für alle eher. Ja. Spaß, ne? Ah, bitte. Du bist für alle eher. Ja. Leute, äh. Hey, hey. Mach dein Able da. Naja, ja. Äh. Äh. Wie gesagt, bei 20 Abos wird halt, äh. ein ziemlich ziemlich cooles Abos special kommt. Ähm. Zweier Box 8, alter. Äh. Ja, Leute. Ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Lass ein Like. Lass ein Able da. Und... Ciao.